Herr Vizekanzler, ich hätte recht viele Fragen zu dieser doch komplexen Materie, wird Sie deswegen um möglichst kurze und präzise Antworten bitten. Wann haben denn Sie als Justizminister davon erfahren, dass Finanzminister Blümel als Beschuldigter geführt wird? Ich würde sagen, dass etwa zu dieser Zeit die Verwirrung durch die... Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind. Die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. Diesen Schritt so gewählt und die Abgeordneten beraten das ohne mich, tatsächlich. Ich glaube, das sind wir auch dem Großen und Ganzen und der Republik in dieser doch etwas aufgeladenen Atmosphäre schuldig.